Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Update des 500 Euro Gaming Computers Januar 2017. Als Prozessor der Intel Pentium G4560 mit 2x3,5 Gigahertz. Er hat eine TDP von 54 Watt, eine integrierte Grafikeinheit, hat Hyperthreading, das deutet jeder kann an zwei Threads, also ein theoretischer Quadcore und er wird in der Boxperson geliefert, das deutet ein Kühler, ist schon dabei. Er reicht für die derzeitigen Games zum flüssigen Spielen aus und sollte für Gamer die nächsten ein bis drei Jahre noch gut ausreichen. Wenn der Prozessor irgendwann mal nicht mehr ausreicht, kann man natürlich jederzeit auf einen i5 oder i7 vom selben Sockel aufrüsten. Und als Mainboard das ASRock H110M DVS-R 3.0 mit dem Intel H110-Chip-Satz. Es hat USB 3.0 SATA 3, 2 DDR4 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, ein 5.1 Soundchip. Das Mainboard ist erst Ende November 2016 erschienen. Das bedeutet, jede BIOS-Version unterstützt diesen Prozessor. Man muss das BIOS also in keinem Fall updaten. Und am IO-Panel 2x PS2, VGA und DVI 4. integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 2x USB 3, 4x USB 2, eine LAN-Buchse und drei 3,5mm Klinken für den Soundchip. Dann als Arbeitsspeicher 8 GB von Crucial. DDR4 2133 und CL15 sind normal schnell. Man kann den Arbeitsspeicher natürlich aber auch auf 1,35 Volt übertakten. Damit hat der DDR4 2400 und CL14 oder 13. Und 8 GB reichen derzeit für Gaming noch aus. Man kann natürlich jederzeit einen zweiten 8 GB Riegel dazu stecken, damit man 16 GB hat. Und dann hat man auch Dual-Channel. Als SSD eine 120 GB Silicon Power Slim S70. Es ist eine normal schnelle SSD und 120 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem und alle Programme. Dazu als Festplatte eine 1 TB Toshiba P300. Sie gehört mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll zu den schnellsten Desktop-Festplatten. Und 1 TB werden für die meisten unter euch locker ausreichen. Dann als Grafikkarte eine 4 GB PowerColor Raiden RX 470 Red Dragon. Sie hat als Monitoranschlüsse einmal DVI, 3x DisplayPort und einmal HDMI. Und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf mindestens hohen Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil ein 530 Watt Xilence Performance A+. Es ist ein Single-Rail DC-DC Netzteil mit 80 Plus Bronze. Und 530 Watt sind für den PC viel mehr als genug. Man hat also noch Platz zum Aufrüsten. Und als Gehäuse das Sharkoon VS4S. Es ist ein schlichtes Gehäuse mit viel Platz für Komponenten. Außerdem ist ein Lüfter bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls die Zusammenstellung älter als 2 Monate alt ist, bitte die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser wird euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Video macht uns sehr schlecht. bar vermitteln.